Hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde Survival Games auf der Map Survival Games 6 und zwar auf dem Server GOMMHD.net Ja, schauen wir mal was heute so geht. Gestern war ja eigentlich die Endergames Runde gar nicht so verkehrt. Aber ich habe so ein schlechtes Gefühl im Magen, dass das heute gar nichts wird. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gespielt und immer so richtig behindert gestorben. Keine Ahnung warum, was heute los ist. Es ist aber schon wieder total behindert. Wir haben gute Ausrüstung eigentlich bekommen, aber leider keine Waffe. Survival Games 6 hasse ich eigentlich diese Map. Ich weiß nicht warum, weil jeder geht einfach den behinderten Weg da über die Dächer, aber ich finde den gar nicht so gut. Und man hat schon wieder im Vorab gemerkt, ja Team, 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 ja ich will Team. Ah, es sind lauter Lutscher. Ich hasse es. Die ganzen Teamer. Man hat einfach keine Chance. Was willst du gegen die Wachen? Die kommen einmal und du bist am Arsch. So, wir bräuchten... Oh, jetzt leckt es bei mir gerade ein bisschen. Waffe, komm. Oh, Junge. Man hat eigentlich jetzt schon verloren, weil man ist in einem Haus drin. Man kann sich nicht mehr wehren. Aber, ja, wir versuchen unser Bestes. Hier natürlich nichts drin, war klar. Ich darf nichts übersehen, das wäre echt behindert. Schauen wir mal ganz hoch. Gar nichts, oder? Nichts. Kein einziges Kistchen. Ah, Junge. Wenigstens eine Kiste wär's. Ich bräuchte nur ein Schwert. Ich bräuchte nur ein Schwert. Ah, es geht nochmal höher, oder? Nee. Okay. Es ist jetzt eine sehr behinderte Ausgangslage. Wir können eigentlich nur verlieren. Wir haben keine Waffe zum Verteidigen. Wir können... Das Einzige, was wir machen können... Bin ich behindert? Wie komme ich jetzt raus aus dem Scheißhaus? Ah, hier. Okay. Die einzige Chance, was wir noch haben, ist irgendwie so schnell wie möglich an die Waffe zu kommen. Aber es ist wirklich das Einzige, was wir können. Und dann stehen die Chancen vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Hier war ich letztens auch drin. Komm jetzt. Nein! Das kann es doch nicht sein. Ohne Witz. Ja, den kann ich jetzt... Das Einzige, was ich machen kann, ist ihn anzünden. Schon geil, gell? Schon geil. Komm hoch. Hey. Alles klar, Bruder. Komm hoch. Ich höre ihn ja. Das ist das Dümmste, was er machen kann. Er läuft weg, oder? Komm jetzt. Die Chance muss ich schnell nutzen und abhauen. Aber da kommt natürlich die nächste. Oh, Pfeile, Pfeile, Pfeile wenigstens. Oh, komm, Junge. Ich kann ihn zum anderen locken. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt übelst... Oh. Junge. 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 Ich komme gar nicht mehr klar. Gar nicht mehr klar, ey. Ich muss jetzt irgendwie... Unten ist ein kleines Versteck in der Art. Soweit ich mich erinnern kann. Ah, es ist einer hinter mir. Ich höre es. Nee. Gut. Da rein. Oh, ich bin weg. Nein. Da war schon jeder. Jemand. Oh, fuck. Ich muss was essen. Ich habe keine Waffe. Ich habe nur den scheiß Bogen. Aber ich kann mich auf dem Nahkampf überhaupt nicht verteidigen. Das ist das Problem. Das leben auch fast keine Leute mehr. Komm, jetzt irgendwo muss doch hier noch eine volle Kiste stehen. Mit einem Schwert drin oder einer Axt oder sowas. Da kann ich mich wenigstens auf dem Nahkampf verteidigen. Boah, es ist hier dunkel, Alter. Nix da. Nichts. Es ist so typisch einfach. Da hinten steht eine Kiste. So wie ich das sehe. Oder? Das ist eine Kiste. Nee, es war keine, oder? Ja, klar. Auf dem Schiff war 100%ig auch schon jemand. Es ist... Oh, hier kommt. Bitte. Nein. Es ist doch kacke. Ohne Witz. Hier kommt. Bitte, 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 bitte. Mann, Alter. Was ist denn los? Okay, wo ist er? Ich werde sowieso welche töten. Ja, die Kiste ist bestimmt noch was drin. Der ist bestimmt noch was drin. Ah, fuck. Wo ist denn jemand? Ich sehe auch aber irgendwie keinen. Entweder sind die schon wieder alle zur Mitte gelaufen oder... Keine Ahnung. Mann, jetzt lädt die Welt nicht mehr. Jetzt passt wieder alles zusammen. Okay, ich gehe hier rum. Ja, der war stark. Der war schon wieder richtig stark. Oh Mann, 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 Mann. Ja, in der Kiste ist bestimmt auch noch was drin. Es läuft echt gerade überhaupt nicht. Ja. Die Kisten kann man eigentlich alle vergessen. Man muss einfach mal richtig Zufall noch irgendwo in die volle Kiste erwischen. Wo noch eine Waffe drin ist. Nichts. Nichts. Ich kann jetzt höchstens hoffen, dass hinten im Wald noch irgendwas ist. was übersehen worden ist. Aber das ist auch relativ unwahrscheinlich. So. Noch mal kurz was essen. Hier ist noch eine Kiste. Ja, es ist sogar... Oh, es ist sogar noch was drin, aber nur Kacke. Mann, es ist so typisch. Ich kann mich jetzt wirklich nur mit meinem Bogen wehren. Boah. Da ist bestimmt irgendwo... Ja, es ist wenigstens ein Holzschwert dabei. Wie viel Glück können wir eigentlich haben? So, Holzschwert. Bogen. Die Angel mal weg. Wir haben hier noch eine. Und ja. So, jetzt noch Deathmatch. Deathmatch mit dem Holzschwert. Das kann ja gut werden. Das kann ja nur gut werden. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja. Zweite Team. Nein. Junge, es wird echt heftig. Es wird echt heftig. Ich kann es eigentlich nicht schaffen. Ich bin... Ah, ne. Wir hatten uns eh Glück, dass wir zum Schluss nochmal was gefunden haben. Aber, ne. Es ist kurz vorm Deathmatch. Jetzt 15 Sekunden habe ich noch. Da werde ich jetzt bestimmt noch alles finden, was man finden kann. Diamant. Axt wäre natürlich jetzt Wahnsinn. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas... Nein. Es ist soweit. Mit dem Holzschwert in den Kampf. Jungs, 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 Jungs. Jetzt wird es ernst. Komm schon, komm schon. Yo. So muss das sein. Mit dem Holzschwert haben wir... Wir haben hier gewonnen. Ich konnte jetzt zwar zum Schluss nicht mehr viel reden. Aber... Boah. War auf jeden Fall eine geile Runde. Hätte ich niemals gedacht, dass wir das schaffen. Krass, 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 krass. Ja, das ist die... Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier mal gucke... Nein, kann man das jetzt nicht mal anschauen. Aber wirklich, es war die zweite Runde, was ich heute gewonnen habe. Die erste habe ich leider nicht aufgenommen. Und die Runde war jetzt genau, genau dasselbe eigentlich wieder ein Abklatsch von der Endergames-Runde gestern. Ich hatte einfach gar nichts bis zum Schluss. Und dann durch Glück mehr oder weniger was gefunden jetzt im Moment. Also gestern über Endergames habe ich einen getötet, aber hier habe ich sogar noch was gefunden. Und dann haben wir mit dem Holzschwert einfach im Finale alles zerfickt. Ja, dann war es das eigentlich auch schon mal wieder mit dem Video. Und dann würde ich sagen, schaut einfach morgen wieder vorbei. Dann wird eventuell schon das neue Projekt anlaufen. Oder vielleicht kommt noch eine Runde Endergames, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.